Herzlich willkommen zum Tutorial für die Geometrie-Spiegel. Hier können Sie aus zwei Größen und vielen verschiedenen Zusammenstellungen wählen. Zuerst einer unserer Klassiker, der Satz aus zehn Spiegeln im Polybeutel. Mit diesen einseitig verspiegelten, 1,5 mm starken Kunststoffplatten gelingt es Ihnen spielerisch in die Themen Spiegelschriften und Bilder, Symmetrien und Formen Kunde einzuführen. Die abgerundeten Ecken und Ränder garantieren eine hohe Handlichkeit und Sicherheit beim Gebrauch der ca. 15 cm breiten und 10 cm hohen Geometrie-Spiegel. Für optische Reflexionsübungen und Experimente sind unsere Geometrie-Spiegel schon im Kindergarten, der Grundschule bis zu den weiterführenden Schulen ein unerlässliches Hilfsmittel. Zwei dieser Spiegel an der Rückseite mit einem Klebestreifen fest miteinander verbunden, ergeben einen darauf aufbauenden Artikel, welcher sowohl zum Zeichnen als auch in Kombination mit unseren Tankrams eine sinnvolle Erweiterung darstellt. Zusätzlich können Sie zwei miteinander verbundene Spiegel oder auch einzelne Spiegel im Set mit einer Standfußplatte erwerben. Mit dieser können die Spiegel ganz leicht mit Hilfe von Schlitzen verankert werden. Mit den 15 beiliegenden Aufgabenkarten lassen sich symmetrische Übungen sowohl mit einem als auch mit zwei Spiegeln als Eckspiegel durchführen. Das Weitere bieten wir auch handlichere und kleinere Handspiegel mit der ungefähren Breite 9 cm und Höhe 6 cm. Wie bei den größeren Exemplaren sind diese aus 1,5 mm dickem Kunststoff gefertigt und einseitig verspiegelt. Die Geometrie Spiegel von Wissner. Rechnen leicht gemacht.